Ansatz in der Praxis, wir haben eben gerade ein Mini-Experiment gemacht und zwar ich habe einen Menschen angepeilt und zwar so angepeilt, dass ich ein langes Metermaß hatte und habe da drauf ein anderes Zentimetermaß hin und her geschoben und habe das so lange hin und her geschoben, bis diese Breite des Kopfes dieses Menschen zufälligerweise zwei Zentimeter war. Ich habe dann hier abgelesen und die Distanz, wie weit das kleine Lineal entfernt war, in dem Fall wo Deckungsgleichheit herrschte, die war 47 Zentimeter. Um jetzt den Strahlensatz anwenden zu können, muss ich erst mal verlängern. Mein Peilpunkt ging über die zwei Zentimeter hierher. Peilpunkt ist praktisch das Auge gewesen und bis hierher. So ein Strahlensatz, damit kann man nicht viel anfangen, sondern da machen wir uns eine Arbeitsskizze und die sieht so aus, dass ich hier eine Parallele und hier eine Parallele habe. Und jetzt kann ich hier folgende Dinge heranschreiben, sage ich, gut, diese Entfernung, das waren die 47 Zentimeter, diese waren die 2 Zentimeter und jetzt müssen wir noch was wissen, denn diese hier, die müssen wir raus haben, sonst haben wir nur zwei Größen, sonst kommen wir nicht weiter. So, diese, das heißt, da müssen wir dann nochmal die Breite des Kopfes ermitteln, die wahre Breite und dann können wir nämlich folgendes machen, dann können wir den dazugehörigen Strahl schnappen und jetzt ist meine Arbeitsskizze schon wieder im Eimer, das heißt, ich muss es nochmal besser machen und die Entfernung, als ich gemessen habe, von hier also bis hier ermitteln. Wichtig, und das wurde auch immer wieder verwechselt, auch im Test, wichtig ist, ich muss immer vom Punkt S sozusagen, da wo der Strahl losgeht, von da aus muss ich die Verhältnisse bilden. Jetzt nochmal das Ganze mit unserem Strahlensatz, wie wir es sonst gerne machen. Jetzt habe ich hier noch einen zusätzlichen Strahl, den habe ich in der Mitte eingefügt und sage, von hier bis hier, das habe ich und jetzt kommt der andere von, wieder von S bis hier. Und jetzt habe ich es. Diese fehlt uns noch, diese wussten wir, das waren die 2 cm, das waren die 47 cm, das wussten wir und dann können wir die Gesamtdistanz ermitteln. Ich muss nicht immer diese Strahlen, schaut mal, jetzt haben wir nämlich noch eine Abwandlung des Strahlensatzes, wenn ich nämlich genau die Mitte nehme. Dann hat sich von den Verhältnissen nichts geändert, dann kann ich das auch schnappen. Dann ist es genauso wie ein gleichberechtigter Strahl und ich könnte ja eigentlich auch alles nur halbieren. Ich nehme den äußeren Strahl weg und nehme dann hier die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte und immer nur die Hälfte, aber das ist jetzt Schnuppe. Das mal bloß als eine Idee. Eine andere Idee war folgende, jetzt mache ich mal Pause. Eine andere Idee war folgende und das werden wir dann heute machen. Wir hatten ja gesagt, was kann ich machen, wie kann ich den Strahlensatz auch so anwenden, dass ich sage, ich habe ein vorhandenes Dreieck. Wir haben hier eine Straße in Wismar, um die geht es. Und dieses Dreieck hier, dieses blaue Dreieck, das sind solche kleinen Terrassen, die überall gebildet werden. Wenn ich diese Terrasse, die eigentlich mal hier war an der Stelle, wenn ich diese Terrasse ausmesse und in Gedanken hier oben in diesen Punkt S verschiebe, dann habe ich die Chance zu sagen, jawohl, jetzt kann ich wieder einen Strahlensatz bilden und zwar nicht so, wie wir ihn bisher kannten, sondern ich kann in diesem Fall mal so bilden. Dann habe ich hier oben mein Dreieck. Das ist jetzt, die Arbeitsskizze ist arg übertrieben und kann die anderen Verhältnisse entsprechend messen. Und das ist dann Gegenstand unseres heutigen Tages. Also wir werden zweimal was probieren, zweimal was ausmessen und später noch andere Dinge machen. Aber heute ist ein schöner, sonniger Tag und das wollen wir nutzen. Nochmal, weshalb das so wichtig ist, von diesem Schnittpunkt auszugehen. Also von dem gemeinsamen Strahlpunkt, wo aus alle Strahlen losgehen. Ich habe mal folgendes vorbereitet und zwar ein rechtwinkliges Dreieck. Satz des Pythagoras, 3 Meter zum Quadrat plus 4 Meter zum Quadrat ist gleich 5 Meter zum Quadrat. Satz des Pythagoras angewandt. Und ich tue jetzt mal so, als wenn ich diese 3 Meter Linie hier nach drinnen verschiebe und zwar so weit, natürlich parallel verschiebe, dass sich hier wieder ein rechtwinkliges Dreieck bildet. Und ich sage mal, ich habe das jetzt, wenn man das so, ja, nehmen wir das so, das ist ungefähr ein Drittel so groß. Dann ist diese Linie hier nur noch 4 Drittel Meter. Dann ist diese Linie 3 Drittel Meter. Dann ist diese Linie 5 Drittel Meter. Wenn ich jetzt von der Annahme aus gehe, dass ich, äh, dass ich sagen kann, ist manchmal das Stück blau. Wenn ich jetzt von der Annahme, achso, wie lang ist denn dann dieses blaue Stück? Also, 8 Drittel haben wir rausgekriegt. Äh, wie lang ist dann dieses Stück hier? Wenn ich das jetzt wieder, aber in Dritteln ausdrücke, dann müsste dieses Stück sein. Das sind 15 Drittel, 15 sind 10 Drittel Meter, ne? Dieses Stück. Ohne, dass ich jetzt hier 3,333 und so ein Kram rechne, gar nicht nötig. Das sind 3 Drittel, also 1 Meter. Aber, wenn ich jetzt von der Annahme aus gehe, jetzt mal zum Strahlensatz, dass ich diesen Punkt einfach verlassen könnte, dass ich sagen kann, ähm, 4 Drittel Meter, 4 Drittel Meter verhält sich zu 3 Drittel Meter, genauso wie, und jetzt kommt's, 8 Drittel Meter zu, äh, nee, ich mach's mal blau, wie 8 Drittel Meter zu diesem Stück hier. Und das sind, wenn ich dann ein Drittel, zu 9 Drittel, ne? 3 Ganze sind 9 Drittel, ne? Zu 9 Drittel Meter. Und ich lass jetzt mal der Übersicht wegen, weil ich sowieso jetzt alles in, das sind 9 Drittel hier. Wenn ich der Übersicht halber, die durch 3 mal weglasse, ergäbe sich hier auf der rechten Seite 8 zu 9 und auf der linken Seite 4 zu 3. Passt das? Ne? Passt nicht zusammen. Wenn ich hier irgendwie versuche zu kürzen, äh, oder zu erweitern, ich nehm das alles mal 3 hier, ich erweitere das alles, dann hab ich hier 12 zu 9 soll es sein wie 8 zu 9? Das geht nicht, ne? Das ist der Grund, weshalb ich immer sage, Leute, geht vom Gesamten aus. Also, von hier bis hier komplett. Nochmal. Von S bis ganz hinten. Dann passt das wieder zusammen. Also, dann hieße das, nehmen wir mal einen weiter, ich sage, das zu dem wie das Ganze zu dem, dann passt das. Ne? Wenn ich das, wenn ich das jetzt nochmal hinschreibe, dann schreibe ich das nochmal in, also, hätten wir 4 Drittel zu 3 Drittel, 4 Drittel Meter zu 3, 3 Drittel Meter soll sein wie, und jetzt haben wir hier insgesamt 12 Drittel, 12 Drittel Meter zu diesem Stück, das sind 9 Drittel Meter. Wenn ich jetzt hier wieder die Drittel mal rauslasse, ich nehme komplett überall die Drittel raus, dann hätte ich hier 4 zu 3 Meter gekürzt wie 12 zu 9. Gucken wir. Wenn ich das erweitere oder das kürze, dann stimmt's wieder. Daher immer das Ganze zu das Lange. Also, das zu das wie das Lange zu dem Lange. Das Lange geht aber von da aus. Das ist eine kleine Klippe, um die müssen wir immer besorgt sein, dass wir da nicht sagen, ach nö, nö, dann nehmen wir bloß das Blaue. Das war die Gefahr bei dem Strahlensatz. Gut, okay, noch irgendwie Fragen dazu? Wir hatten auch eine Aufgabe, da waren folgende Dinge gegeben, a, b und c und so weiter und ich sage jetzt mal wieder, ich stelle erst mal eine Gleichung auf und zwar, wenn ich das Blaue suche, a verhält sich zu x, a zu x, das war dieser Zusammenhalt, wie das Ganze a plus b zu y. Hier, das ist der Haken. Wenn ich das jetzt umstelle, b muss ich rauskriegen, b muss ich rauskriegen, dann muss ich erst mal mal y nehmen, dann steht a plus b alleine, dann muss ich hinterher a abziehen und dann kann ich einsetzen und dann kam raus 2,7 Meter. Das war eigentlich gar nicht so, öpp, öpp, öpp. Okay, also wichtig ist, dass ich grundsätzlich die Gleichung aufstelle. Wenn das nicht klappt hier, dieses, dieses Ding hier, dann kann ich auch nicht richtig rechnen. Der Rest ist dann eigentlich ganz leicht. So, wir wollen rausgehen, lassen wir es an der Stelle erst mal bewenden. Gibt es noch eine Fachfrage? Kleinen Moment. Gut, also wir sind soweit durch. Ich hatte hier noch mal die, noch mal drauf gedrungen. Leute, macht das immer zu den richtigen, geht immer vom Punkt S aus. Das geht am allerleichtesten. Es gibt hier noch andere Varianten, weiß ich, aber hier ist es am leichtesten so. Also, wir schließen das Video ab, wir gehen raus. wir gehen dritt Woz nach. Nee, hier ist die Frage.